Hi, ich bin Penelope von KGK und wir sind heute hier mit Geflüchteten und Aktivistinnen in Deggendorf, genau vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wo Mohammed vom Dach gestürzt ist. Mohammed hat an dem Tag überraschend erfahren, dass er zurück nach Gambia geschickt wird und weil er eben aus Angst vor der Polizei in einen anderen Raum flüchten wollte, ist er auch aus einem Fenster raus und vom Dach gestürzt. Wir sind hier bei einer Kundgebung und hören gleich, was Samba sagt, einer der geflüchteten Aktivisten. Heute, wir sind hier in der Auslander-Brüder in Deggendorf, weil das Einzige, die hier passiert ist, von unseren Brüdern und einem Flüchtlinge wie uns. Und das Einzige, die hier passiert ist, ist nicht der erste Passage. Das Gleiche ist, was zu einem Nigerien hier passiert, das gleiche Gebäude. Er hat den gleichen Achse, wie dieser Mann hat. Und jetzt, dieser Junge ist in der Krankenhäuser, selbst wenn er von der Krankenhäuser ist, ist er total verletzt. Denn die Brüder hat zwei Mal verletzt, die legs verletzt. So, right now, er kann nicht tun, dass er nichts für sich. So, das ist der Grund, warum wir hier sind. Die Auslander-Brüder, sie gibt dir einen Platz, sie gibt dir einen Platz, sie gibt dir einen Essen zu essen. Wenn sie dich wollen, lassen sie dich zu essen. Aber wir fühlen, dass ihre Intention ist zu töten, diesen Mann. Denn von dieser Gebäude, du fallst, jetzt der Mann hat keine Hilfe. Even wenn ich, okay, da ist nichts, was er kann für ihn selbst tun. Wenn er geht, er kann nicht tun, er kann es für ihn selbst tun. Denn jetzt ist er total handikappt. Und was ist das Auslander-Brüder? Und Leute sind hier verletzt, von einer Frau. Sie sagen, die Auslander-Brüder hier, das Frau ist der Problem hier. Und die Grund, warum wir nicht mentionieren, ich weiß nicht die Name. Und wenn ich die Bildung von der Frau, ich will es in die Medien. So dass jeder will wissen, dass er diese Mann hierher will, weil er ist der Mann hierher. Und sie ist der Mann, der der Mann aufgerufen hat. Er hat die Mann, die Mann aufgerufen, hat er die Mann, die Mann nicht mehr zu kommen. So die Mann, die Mann nicht zu tun, zu tun, oder? Die Mann, die Mann, die Mann, die Mann, war zu versuchen, von der Mann zu gehen, so dass er kann. So die Polizei war nach ihm. Die Mann, die Mann, war zu versuchen, zu erheben. Er konnte nicht zu helfen, aber er kamen. so he fell down he said he sit he wanted to get up nothing works because by then the bones have been broke he cannot do nothing and right now we are here to solidarity with our brothers inside the camp which you know that they are in the same situation like the boy but we went there to call them but the security doesn't allow them to come the security closed they'd stand everywhere like stupid people I don't know why because security me in my country somebody who don't have work will be a security in my country somebody who doesn't have work a useless person in the street you will be a security but this black uniform nonsense secure if they use it everybody make like big I'm proud of this it's a watchman job they are watchman so look they stand here they stand there they stand everywhere looking and because of their earning money is because of these people here inside if I thought these people are not here they cannot be paid so they should cooperate with these people they know that they are paid is coming from behalf of these people that's the reason why they are paid but in this niederbayern I don't understand because I think this nazi system is here 100% 100% racism here and I don't know why we have just seen friends from us in the lager behind us and we have normal Gespräche geführt and as we did the Gespräche geführt have been told us that we should verschwinden because it's a private reason we have nothing else done than that we have with the people talked about these gentlemen behind us have now asked us to go to the prison because we have the penalty, the guilt, the hosfriensbruch begehen. This is the situation in which we are here. I don't do anything. And I film myself and it's a lager behind me and you can see what is happening. If you want to talk with people, who are in lager in the lager, it's exactly what is happening. Die Menschen werden hier isoliert, die Menschen werden hier angegangen. Wie man schon beim letzten Video sehen kann, die Situation in den Lagern hat sich auf jeden Fall verschärft. Die Leute haben Angst, aus den Lagern rauszukommen. Eine Situation, die definitiv anders ist als vor noch ein paar Jahren. Zu Mohammeds Fall ist es so, dass die Polizei die ganze Schuld auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schiebt. Und die auch kaum ein anderes Wort aus den Leuten rausbekommen. Wir bleiben an der Sache dran und danken euch, dass ihr zugeschaut habt.